Herzlich willkommen zum zweiten Video der Lichtsprache. Und wie schon versprochen, in diesem Video nur eine kurze Einführung in menschlicher Sprache und danach hörst du einfach zu und nimmst auf, genießt es, schaust, was es mit dir macht. Und dafür, damit du aufnahmefähig bist, lade ich dich jetzt ein, genau, wieder das Herz zu berühren, wie wir das ja oft machen. Ich nehme jetzt an, du hast es dir schon gemütlich gemacht, weil du weißt, bei Pascal wird es immer gemütlich, da meditiert man oft. Das habe ich jetzt nicht nochmal gesagt, also du sitzt da gemütlich, gell, nimmst vielleicht noch einen Schluck Wasser. Und dann bleibst du auch mit deinem Bewusstsein, mit deiner Aufmerksamkeit im Herzen, kannst die Hände dann auch loslassen. All meine Aufmerksamkeit ist auf mein Herz gerichtet, darfst dann auch die Augen schließen. Weitest dieses Herzgefühl dort im Brustbereich aus, damit öffnest du dich, öffnest dein Herz. Weitest es aus, bis über dich hinaus. Ja, so weit du möchtest. Damit kommen mehr Möglichkeiten nach der Wahrnehmung in dich hinein, der Kommunikation. Schön. Jetzt sind wir auch verbunden von Herz zu Herz. Ich spüre das deutlich. Gut. Frage nicht zu viel, was soll das jetzt heißen, sondern genieße es einfach. Fühle, ja. Es kann auch sein, dass wenn du es mehrmals anhörst, dass es jedes Mal was anderes rüberkommt. Das ist auch möglich. Gut. Dann wünsche ich dir eine schöne Reise. Frage nicht zu viel, was soll das jetzt heißen, sondern genieße es einfach. Frage nicht zu viel, was soll das jetzt ist. Donkhoa E 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